Im Softwarepaket Alplan Design2Cost sind unsere BIM-Lösungen bereits voll integriert. Der Nutzer hat direkten Zugriff auf umfangreiche BIM-Objekte in extrem hoher Datenqualität inklusive hinterlegter Materialpreisen. Dies ermöglicht eine effiziente und durchgängige Planung. Als Grundlage dient das Entwurfsmodell, in das die BIM-Objekte mittels der integrierten Saint-Gobain-Assistenten einfach und nutzerfreundlich eingebunden werden. Unsere BIM-Objekte enthalten bereits alle Informationen für DIN 277 Berechnungen, die Erstellung von Ausführungsplänen, der automatischen Datenübergabe an AVA-Lösungen wie Nevaris inklusive Materialmengen und Kosten. Die VUB-gerechte Mengenermittlung erstellt automatisch Leistungsverzeichnisse, Bau- und Leistungsbeschreibungen sowie Aufmaße. Bereits bepreiste LV-Positionen ermöglichen einfache Kostenberechnungen bis hin zur Abrechnung. Bei späteren Entwurfsänderungen aktualisieren sich alle Ergebnisberechnungen automatisch. Dies gilt auch für Ergebnisse, die mittels Nevaris erzeugt wurden. Durch die regelmäßige Aktualisierung unserer BIM-Objekte erhalten Planer und Architekten stets eine hohe Planungssicherheit. Alplan Design to Cost wird regelmäßig TÜV-Süd zertifiziert, wodurch zusätzliche Planungssicherheit entsteht. Durch die Unterstützung der drei meistgenutzten CAD-Systeme hat der größte Teil der Architekten und Planer Zugriff auf die BIM-Komplettlösung von Sargobar.